Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. So schwer ist das doch nicht. Einen Container bestellen, ausmisten. Du musst mir nur sagen, wo wir anfangen. Und dann sehe ich da kein Problem. Keine weg, oder? Nee, die brauche ich noch. Hast du schon mal was davon gehört, dass die Ressourcen der Welt sich aufbrochen? Ach Gott, das macht doch nicht so oft moralisch. So kannst du dich einfach nicht trennen. Lassen Sie die los. Na, ich kann die noch verschenken. An einen Freund, der die braucht. Du willst einem Freund eine kaputte Brotschneidemaschine schenken? Ja, vielleicht.